Untertitelung des ZDF, 2020 Der Reaktionärer Regime in Jordan hat diese Konfrontation seit dem Ende der 10. Februar Krise. Dieser Regime hat alle ihre Militärer und Politiker in order zu bringen sie in die Konfrontation. Der Reaktionärer Regime in Jordan hat diese Konfrontation. Der Reaktionärer Regime in den splits and divisions amongst the Palestinian Jordanian people.